Junge, das scheiß Feuer, was ist denn das für ein scheiß Bug? Oh Mann! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, nämlich heute spielen wir einfach mal Skywars. Aus jedem Grund, weil ich gerade eben nicht schaffe, mit Melvin oder sozusagen eine Advance-Volke aufzunehmen. Weil ich auch noch für morgen ein Video. Und, ja und das wird jetzt mit einer Advance-Folge sehr sehr knapp, deswegen mache ich einfach mal Skywars. Ja, das beginnt auch direkt hier in drei Sekunden. Nämlich was ich kurz anmerken möchte, es kommt am 6.9. ein Video, oder das Video, das, ich gebe euch nur einen Tipp, ich verrate das natürlich nicht, was am 6.9. kommt. Nämlich, wenn ihr auf meinen Kanal mal geht, wenn ihr mal auf meinen Kanal geht und da auf Kanal-Info draufklickt, dann seht ihr so gesagt, wann mein Kanal erstellt wurde. Und, ja, dann könnt ihr es vielleicht schon denken, was da beim Video kommt. Also, auf jeden Fall, so eine Art... Na gut, ich kann da natürlich auch ein ganz normales Video kommen, aber es kommt da schon ein kleines Special-Video. Also, es ist nicht unbedingt ein Special-Video, aber auf jeden Fall mal ein komplett anderes Video. Also, auch irgendwie, ja, Leute, und ich habe mir Level. Oh, nice, ich habe nur eins. Oh, ich muss gehen, ich muss gehen. Ich verpiss mich nicht. Wir sind noch da. Ja, ich hatte ja auch gerade nochmal ein Video aufgenommen, aber anscheinend hat sich das... Oh, ich habe einen Kill, ich habe einen Kill, ich habe einen Kill, ich habe einen Kill. Hab den Kill. Nice, den habe ich auch. Sind jetzt noch welche? Ach, drei. Okay, ich versuche, die Runde zu gewinnen. Wenn jetzt irgendwas auffällt, was jetzt irgendwie mein Tag, mein Tag, was ich eigentlich benutzen könnte, dann tut es mir leid, weil ich bin gerade ein bisschen in Panik, was es angeht, weil ich muss reden. Was will er denn machen? Was will er denn machen? Ich habe auch eine Ahnung. Junge, das Scheiß-Feuer, was ist der Satz für ein Scheiß-Buck? Oh, Mann. Ja, toll. Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, also am 6.9. kommt ein Video, ein tolles Video, beziehungsweise ein Special-Video. Ich sage dazu jetzt mal noch nichts, also, ihr könnt euch das vielleicht schon denken, aber ich könnte mir das jetzt auch nicht geben. Deswegen, Junge, komm jetzt her, du Scheiß-Typ. Ich will aber auch nicht rüber, sonst wäre ich von mir gekippt, denke ich mal. Ja, Survival-Games-Profis würden jetzt sagen, ich bau dich hoch. Ich bin jetzt, ich kann auch kein MLG machen, ne? MLG. Ah, ich habe aber Eier. Bam, schauen. Was hat er denn gemacht? Warte, wenn wir euch seht. Leute, wir haben das nicht gewonnen. Leute, dann war natürlich nur ein Spaß, von dem mal so. Ich wollte euch nochmal jetzt erzählen, dass am 6.9. so gesagt, 2017 ein Video kommt, ein Special-Video. Natürlich kommt dann weiterhin immer Advanced, also ungefähr dann wieder, äh, heute ist Mittwoch, Leute, oder so. Also kommt dann am Freitag, dann müsste eigentlich wieder eine nächste Advanced-Folge sein, und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und natürlich ein Abo. Und, ja, das war nur kurz ein Informationsvideo, und ich brauche natürlich für morgen eins, und dann sehen wir uns einfach. Und ciao. Und, ja, das war schon.